Es ist ein Zufall, dass ich das mithab. Ich habe ein iPhone 14, glaube ich. Das war ein Motorola auf jeden Fall. Wo du noch drei Buchstaben auf einer Taste hattest und so. War immer eingepackt von Eltern, aber nur für Notfälle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer oft stumm. Ich bin schlecht erreichbar, aber der ganz Normale ist auch mein Wecker klingelt. Ich drücke 5 auf Snooze. Bin ich auch nicht stolz drauf, aber es ist leider die Wahrheit. Whatsapp. Natürlich. Hab ich. Aber ich habe jetzt keinen Empfang gerade, um reinzugucken. Macht es aber. Eigentlich eher Text. Ein Auge auf, eins zu und Zunge raus. Boah, ist eine gute Frage. Facetime. Bei Sprachnachrichten immer viele Missverständnisse und kann man nicht. Falsche Betonung und dann, weiß nicht, besser so Gesicht zu Gesicht. Ein Kumpel. Ein ehemaliger Mitspieler. Ich glaube, da wird angezeigt, wo ich mich auf der Welt befinde, damit ich das auch nie vergesse. Wahrscheinlich Insta. Ah, schwer. Ich bin schon viel auf TikTok auch. Guck viele Videos. Wahrscheinlich ein Bild. Obwohl wir nicht gewonnen haben. Und ich sauer war. Ja. Das macht meine Freundin. Macht sie aber auch gut, finde ich. Black Friday Deals. Schlau, ist schlau. Aber nichts gefunden, leider. Wahrscheinlich Mails. Das ist nicht mein Lieblings-App, aber ohne die könnte ich wahrscheinlich nicht leben. Weil dann würde ich irgendwie irgendwelche wichtigen Nachrichten verpassen. Kommt darauf an, wie das Spiel war. Wie gut ich gespielt habe oder auch nicht. Also kann direkt sein. Kommt auch darauf an, ob wir Empfang haben. In der Kabine. Aber meistens dann spätestens im Bus. Ich habe mit zwei, drei Kollegen geschrieben. Aber noch nicht richtig über das Spiel eigentlich. Eigentlich nur privat. Keine Kampfansage schreiben. Liebe auf dem Platz. Ich würde so den nehmen. Und die zwei Augen einfach. So diese zwei Augen, die so nach links gucken. Ich muss jetzt irgendein Wortspiel überlegen. Vielleicht so drei Punkte aus dem Hut gezaubert. Und dann mit Hut. Aber hatte ich glaube ich schon. Ja, muss ich dann nochmal gucken. Aber irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Sowas ganz schlechtes halt. Aber erstmal müssen wir gewinnen.